Hallo, ich bin Konstantin Gropper von Get Well Soon und wir sind im Aufnahmezustand. Es ist natürlich wirklich schön, in solchen Räumen noch Musik zu machen. Da kriegt man so wieder das Gefühl, wie das früher so lief. Das war früher alles schon nochmal mehr mit Stil. Früher konnte auch nicht jeder eine Platte machen. Das hat ja richtig viel Geld gekostet. Das merkt man dann, wenn man hier so drin steht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich Musik mache, weil ich es schon immer getan habe und weil es deswegen vielleicht auch mein primäres Ausdrucksmittel ist. Oder andersrum, dass ich einfach Glück hatte und von Anfang an direkt das gefunden habe, womit ich mich am besten ausdrücken kann. Die Höhle und ich direkt die Höhle und ich werde nun in den Sand schauen, die vergrütetigen aber nicht. Der Name ist nicht so toll. Der Name ist nicht so toll, aber nicht so toll. Ich kann das jetzt nicht so toll. Was verspricht auf jeden Fall? Warum bist du jetzt so toll bei dir? Hörst mich nicht, nicht? Du siehst, wenn du hier drin hast. Denfalls auf dem Wasser ridiculous, du siehst. Du siehst ab, das Ganze auf einen Scheren, schalt, du siehst. Denn du hast, das ist kein Problem. Vielen Dank.